Hallihallo ihr Lieben, der Camper Tobi meldet sich aus Göttingen und zwar bin ich bei Caravan Herzog und nicht nur aus dem Grund, den ihr jetzt gleich vor der Kamera seht, beziehungsweise das ist ja schon mal der erste Grund, sondern gestern Abend war ich über Nacht in Wetzlar am Stellplatz und ging dann unter die Dusche, da lief das Wasser und dann prompt war die Wasserpumpe kaputt. Das passiert schon mal, das ist ein Verschleißteil und Gott sei Dank hat mir Caravan Herzog in Göttingen helfen können und deswegen bin ich hier und wie gesagt, jetzt habe ich entdeckt, hier im Shop steht der neue Detlefs E-Scooter, The Urban. Tolles Fahrzeug, nämlich mit Luftreifen und Straßenzulassung, das rollt dann auch ziemlich geschmeidig ab, ihr seht es auch, das ist sehr hochwertig gemacht, kannte ich so noch nicht, da bringen wir dann nochmal ein Special, aber bei Caravan Herzog steht noch was anderes auf dem Platz und ich nehme euch mal mit aus dem Shop hinaus und ich habe bei den Smart Previews im Ausstellungszentrum in Isni versprochen, sobald ich einen sehe, stelle ich den Wagen mal ein bisschen näher vor. Noch geht der Wind, das schöne Wetter ist aber in Erwartung, den kennt ihr, Bedouin, Skandinavier, den haben wir euch gezeigt bei Caravan Rossol, aber hier steht dieser wunderschöne Esprit GT. Okay, daneben auch mein wunderschönes Auto, ich zeige euch das Ganze nochmal aus diesem Blickwinkel, bin sehr zufrieden mit dem Puls GT und für so eine Wasserpumpe kann man halt mal gar nichts, die hat auch schon einiges leisten müssen, die ist ja im Dauergebrauch und zack, schwuppdiwupp, war eine neue drin. Ja, wir sind hier auf knapp 8 Meter Länge, es ist eine sensationelle Erscheinung, ich habe die Klappen schon mal ein bisschen aufgemacht, um euch dann auch einen Blick in den Doppelboden zu geben, beziehungsweise was man eben von außen hier noch alles unterbringen kann oder Detlefs untergebracht hat. Wir haben zum einen ein, ich nenne es mal Wasserfach, das Fahrzeug hat eine alte Heizung an Bord, Ablasshebel fürs Abwasser, dieses gelbe Ventil ist jetzt nach oben, beziehungsweise dieser kleine Hebel gestellt, weil ja natürlich jetzt kein Wasser drin ist. Wir haben dran auch nochmal die Truma Frostkontroll untergebracht, die sich dann löst bei 4 bis 7 Grad, wenn man vergisst das Fahrzeug zu heizen, man hat sein Wasser noch drin. Hier sieht man, dass die alte verbaut ist, hier haben wir 2 mal 11 Kilo Gas an Bord, beziehungsweise die Flaschen gehen natürlich noch ab, aber verbunden, so wie es sein soll mit der Truma Duo Kontroll und das ist auch mal ein ordentlicher Gaskasten in einer vernünftigen Höhe, um es auch leicht reinzubringen und es ist genug Platz, damit es nicht so eng ist, wenn man die dann verzurrt. Dann gibt es natürlich auch nochmal ein Staufach. Das Tolle ist, das geht durch. Ihr seht das also sehr gut. Daneben auch die Heizung und wenn die da im Doppelboden verbaut ist, dann ist es natürlich super praktisch, weil dann hat man einen Fußbodenheizungseffekt. Toilette ist klar. Dann haben wir die Heckgarage, die habe ich jetzt von einer Seite mal aufgesperrt. Das Fahrzeug liegt jetzt bei circa 3,3 bis 3,4 Tonnen fahrbereite Masse. Also mit 3,5 ist da jetzt nichts mehr zu machen. Da solltet ihr dann wirklich das aufgelastete, beziehungsweise die große Fahrwege oder die große Option wählen und alles andere macht hier keinen Sinn. Da fährt man dann mit 4,25 Tonnen, dann kann man noch eine schöne Federung einbauen, Luftfederung, wer es noch bequemer haben möchte. Aber so sieht es aus in der Heckgarage. Hier haben wir zum einen schon mal wieder einen kleinen Alde-Heizkörper, der durchaus ausreicht. Schöne Beleuchtung, durchgängig, viel Ladehöhe und alle Kurbeln hier auch schön untergebracht, Markisenkurbel, dann natürlich auch die Kurbel für die Stützen. Und was auch ganz schön gemacht ist, sind die ganzen Regale. Und man hat hier auch ein tolles Elektrofach gemacht, das durchs Lochblech auch genug Luft kriegt. Aber so warm wird es da drin dann auch nicht. Aber es ist schön abgeschottet. Man kann hier nicht durchs Ladegut irgendwas kaputt machen. Und diese beiden Sitze kann man natürlich dann im Fahrzeug verwenden, wenn man denn zu viert unterwegs ist. Das zeige ich euch gleich. Wir haben natürlich Zurschienen mit den dementsprechenden Ösen zum Einhängen der Spanngurte. Und zwar E-Bikes passen da problemlos rein. Nebengrill, Nebenstühlen, Tisch und so weiter. Der Wagen hat jetzt auch nochmal einen Fahrradträger hinten dran. Wer das denn will, kann das natürlich auch machen. Fahrradträger für drei. Wir haben eine große, lange Thule Omnistormarkise. Und hier nochmal ein Fach. Ich mache bloß gleich wieder zu. Schauen wir mal rein. Da sieht man es doch. Da ist auch das Kabel zu sehen. Mit diesem Kabel lädt man dann eben die Aufbaubatterien. Und das ist das Fach von der anderen Seite. Es wird dann hier durchgeführt. Kommt unterm Auto raus. Und die Kabeltrommel legt man dann unter das Fahrzeug. Absorberkühlschrank auch nochmal. Breite Eingangstür. Wir machen sie auch gleich auf. Ein Schiebefenster, weil das sonst kollidiert. Ich sage es immer wieder dazu. Für die Einsteiger. Ja, wenn ich das jetzt mache mit der Tür. Das wäre jetzt nicht so gut, wenn hier ein Fenster offen steht. Deswegen Schiebefenster. Aber ich finde die sowieso cool. Der 7150-2 EBL. Wir haben hier 160 PS. Perfekte Motorisierung. Die fahre ich auch. Allerdings habe ich nicht diese tolle neue Neungang Wandler Automatik. Und das GT-Paket in weiß. Mit Stützen, elektrischen Fondscheiben, Rollo, Aufbautüren mit Fenster und Zentralverriegelung, Panorama, Dachhaube, Wohnraum, Fahrertür, indirekte Ambientebeleuchtung. Dann natürlich, wie besprochen, auch die Trommodurkontrollen mit Crash-Tensor, Ice-Ex, Dunstabzugshaube, Detlefs-Navi-Siefer mit DAB Plus, Traktnavigation und Vernetzung mit dem Bordkontrollpanel, Rückfahrkamera, Lederlenkrad, Schaltknauf, Ledermanschette, Instrumententafel, Light Moments, Vier-Ebenen-Beleuchtung, Lenkradfernbedienung, Warmwasserheizung, Halde, Fahrradhalter absenkbar, Bett hochgesetzt, Alarmanlage. Ihr lest selber, ich glaube, das war jetzt mal ein kurzer Eindruck von dem, was hier ist. Und hier steht es auch nochmal mit Gewichten. Und hier sind auch, schön ausgezeichnet, die Bettmaße nochmal drauf. Im Heck haben wir 2,15 x 80 und 2,20 x 80 und das noch verbindbar. Hupe 2,50 m x 1,50 m, Höhe 2,98 m, Gesamtlänge 7,81 m und die Breite ist 2,33 m. Und das Tollste ist für mich natürlich wieder die Stehhöhe mit 2,05 m. Ich liebe diese rote Lippe. Es macht ihn richtig hübsch, richtig sportlich. Und ich weiß es oder ich wusste es, wie ich das erste Mal drin gesessen bin. Ich liebe den Puls GT, aber wenn ich jetzt gefragt werden würde, was wäre mein Traumauto, ich bin ja integrierten Fan, dann steht er hier direkt vor mir oder vor euch jetzt im Video. So, und jetzt gucken wir mal rein. So, die breite Tür, glaube ich, brauche ich gar nicht mehr argumentieren. Ich habe das jetzt in vielen, vielen Fahrzeugen schon gesagt, dass ich nicht mehr ohne breite Tür leben möchte, weil du halt anders reingehst und einen anderen Ausblick hast. Das Ganze macht es viel großzügiger. Und gerade im Sommer, wenn die Türen ja meistens auch offen sind, wenn man sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhält, dann bietet das wesentlich mehr Emotionen. Durchgehender Doppelboden, das sehen wir jetzt dann gleich mal. Hier kommt es auch schön warm raus. Klar, an den oder an den Stellen, wo natürlich die Wärme am meisten rausgeht, das heißt jetzt im Bereich der Tür in diesem Fall, kommt dann die Wärme aus dem Doppelboden auch in Richtung Tür. Der Fernseher wurde von mir schon enthakt, wollte ich jetzt schon fast sagen, natürlich schon entriegelt und ist jetzt quasi in der ersten Fernsehposition. Lichtschalter haben wir jede Menge hier und wir haben natürlich auch passend dazu jede Menge Licht. Ist auch schön gemacht hier mit dem Hintergrund, also farbliche Abstimmung ist toll. Und bevor ich jetzt weitergehe, gebe ich euch jetzt mal diesen großen, großzügigen Eindruck von dieser Face-to-Face-Sitzgruppe herrlich gemacht. Das entspricht ja ungefähr dem, was ihr jetzt aus meinem in Anführungszeichen Fahrzeug kennt. Face-to-Face ist komplett, ist richtig in, nicht komplett, ist auch super nutzbar, weil ich eben diesen großen Bereich habe, der dadurch entsteht. Und ich bin ja auch lange Jahre unterwegs gewesen mit einer herkömmlichen Winkelküche. Das reicht durchaus zum Kochen, aber ich möchte nie mehr diesen Platz missen, der hier entsteht, um das alles ordentlich bewohnen zu können. Blick nach vorne und ihr merkt schon, ein Sitz ist wesentlich höher als der andere. Ich zeige euch das jetzt gleich noch, das sind Luftfedersitze. Besser geht's nicht. Wow! Wow! Das macht richtig Spaß beim Fahren, das federt richtig schön ein, das gibt halt richtig guten Fahrkomfort, natürlich auch zum Wohnen und zum Sitzen, das ist toll. Tisch kann man dann natürlich klappen, ich möchte jetzt bloß die Deko nicht zerstören, man kann ihn natürlich auch verschieben, na zerstören würde ich sie nicht, aber wegräumen müsste jetzt wahrscheinlich auch nicht sein, auch mit dem Holz hier, mit dieser Holzoptik im Hintergrund, super gemacht. Hier seht ihr auch den Dreipunktgurt, das gibt es auf beiden Seiten, das sind die sogenannten Gurtböcke und wenn dann eben zwei weitere Mitfahrer dabei sind im Heck, beziehungsweise hier in der Mitte sitzen, dann nimmt man das Polster raus, steckt die Sitzlehnen ein und hat dann nochmal zwei wirklich bequeme Sitze im Fond. So, ja, so heißt es doch, glaube ich, gell? Jawohl! Da sieht man zum Beispiel auch den AdBlue-Einfüllstutzen, irgendwo muss er ja auch hin, man hat ihn hier ganz praktisch gelagert, weil dann, wenn man was daneben geht, jetzt auch nicht gleich die Menge am schönen Material runterläuft und ich sitze jetzt ganz unten auf Anschlag mit diesem Sitz und ich zeige euch nochmal diesen Unterschied in der Höhe und der federt halt richtig stark ein. Ich habe jetzt leider hier niemanden, der das demonstrieren kann, aber ich setze mich mal mit euch drauf, ich hatte das bei der Smart Beef hier schon so gemacht, dass man halt wirklich hier mal schön um fünf bis zehn Zentimeter, je nachdem wie man es einstellt, nach oben und nach unten die Sitzposition verändern kann. Das ist phänomenal, auch guter Seitenhalt, die Kopfstütze ist integriert, auch der Gurt ist integriert. Ich filme nochmal jetzt auf den Beifahrersitz rüber. Das ist ganz, ganz geschmeidig gemacht und mit dem Leder, ja, perfekt abgestimmt. So, dann gehen wir mal in Richtung Küche und ich filme auf dem Weg dorthin auch mal kurz da rein. Da haben wir eine Bodenklappe, das ergibt sich natürlich. Schöner Stauraum, der entsteht im Doppelboden, der wird dann von der heißen Luft umschwärmt. Heute sind wir aber poetisch unterwegs, mein lieber Schieber. Man sieht auch noch mehrere Klappen und überall kann man was unterbringen oder eben noch etwas einstellen. Ich bin jetzt auch mal neugierig, da kommt man zum Beispiel zum Frischwassertank. Auch wichtig, wenn man mal eine Grundreinigung durchführen will, die ja ohnehin einmal im Jahr Minimum anstehen sollte, zum Entkalken und so weiter, dann kann ich halt auch schön zugreifen. Kühlschrank, der gute große, 160 plus 30 Liter, echtes Gefrierfach, AIS-Gas, 230 Volt und 12 Volt. Gut, dann gehen wir da oben nochmal rein. Das sind die Originalverpackungen der verbauten Geräte. Und bevor wir uns in die Küche umdrehen, was ich euch versprochen habe, zeige ich euch den Schlüsselschalter fürs Hubbett. Natürlich elektrisch, wir fahren es nachher auch nochmal ein kleines Stück rauf und runter. Die berühmte Detlefs-Anzeigetafel kann man eigentlich gar nicht sagen, aber das ist ein Stillmerkmal. Ich habe hier Strom und Wasser und die Uhr und natürlich für die Alde die Einstellmöglichkeiten. Und jetzt drehen wir uns um die Küche. Da hat man eine Zentralverriegelung eingebaut. Ich zeige es euch gleich. Wenn wir die Schubladen alle mal kurz geöffnet haben, alles natürlich soft close, brauchen wir auch gar nicht dazu sagen. Und hier gibt es diesen großen Auszug eben mit Müll, beziehungsweise sogar zwei Müllbehältern. Kann man nämlich auch gleich ein bisschen trennen. Und da hinten sind auch die Gasabsperrhähne. die man eigentlich dann nur zur Gasprüfung braucht. Fährt alles schön raus und rein. Und hier sieht man das jetzt off und on. Das heißt also, wenn die Fahrt losgeht, verriegele ich jetzt alle Schubladen und dann kann nichts mehr passieren. Der Ofen ist auch schön. Das neue Modell von Tedford passt hier hervorragend rein. Und so entsteht natürlich richtig Arbeitsfläche. Dann machen wir auch mal eine Oberschrankklappe auf. Platz ist wirklich genug mit den sehr, sehr guten Scharnieren. Und wo wir gerade bei Scharnieren und Klappen sind, gehen wir auch noch Richtung Fenster, Dachfenster. Das ist jetzt längs eingebaut. Entspricht der Linie des Fahrzeugs. Das ist natürlich eine runde Sache. Gut, das Fenster ist eckig. Aber wenn ihr jetzt mal diese Flucht nehmt von ganz vorne nach ganz hinten durch, dann hat das eine ganz klare Linie. Mit der Beleuchtung ist das sowieso toll gemacht. Aber das ist Detlefs eigen, wirklich ein tolles Lichtkonzept, das man hier installiert hat und vor allem auch in den Fahrzeuglinien dementsprechend durchzieht. Das ist eine Charakteristik des Herstellers. Da kommt auch wieder warme Luft raus am Boden. Da haben wir hier die Fortsetzung des Lichts und hinten dann ein gleich großes Dachfenster über den Betten. Und die sind ja wirklich groß, wie wir draußen schon gelesen haben. Natürlich kann ich das Ganze wieder verbinden. Ich gehe jetzt, wenn ich im Zwei-Personen-Modus bin, entweder hier über diese Treppe hinauf. Ja, da unten ist auch nochmal ein Fach. Oder ich ziehe dann, wenn ich will, hier aus, lege dieses Polster ein und nutze es dann mit der Treppe, wenn ich hier die große Liegewiese haben möchte. Steckdosen, USB, alles griffgünstig installiert. Und was ich richtig schätze, ist jetzt, gerade wo es kälter wird, Impuls und natürlich ist das Gleiche auch hier verbaut, hier nur etwas anders. ist diese Tür, weil die kann ich dann wirklich zumachen. Ein großer Vorteil. Und heize dann eben nur den vorderen Bereich und habe dann ein kühles Schlafzimmer oder lasse es abends noch rein. Aber das senkt natürlich die Heizkosten. Das ist richtig fein gemacht. Die Dusche. Wieder mit einem alte Heizkörper drin. Mit einem niedrigen Radkasten. Das ergibt sich natürlich bei der Bauart durch den Doppelboden, dass der Radkasten ein bisschen niedriger ausfällt. Toller großer Brausekopf, schöne Beleuchtung, die man allerdings dann auch nochmal unterschiedlich schalten kann. Das ist jetzt hier volle Lotte, wie man so schön sagt. Dann habe ich die zweite Tür, mit der ich dann eben hier nach vorne nochmal trennen kann oder abtrennen kann. Ich habe auch einen schönen großen Bügel für die Handtücher. Und dann gibt es noch den Blick ins Bad. Mit genug Platz. Ich bin alleine im Auto, deswegen keine Maske. Mit Push. Das heißt also, ihr könnt alles schön unterbringen. Und hier noch das Waschbecken. Hier hat man das farblich auch wieder ganz toll abgestimmt. Und ihr seht jede Menge Lichtschalter für ganz, ganz viele Eindrücke, die man sich hier gönnen kann. Also man kann wirklich mit dem Lichtkonzept so viele verschiedene Stimmungen schaffen und das anpassen, wenn man es nur von unten, dass es nicht reflektiert, wenn ich arbeite. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Wagen. Das muss ich wirklich sagen. Gut, in meinem Schaufenstermodus, öfter kommt auch mal die Kritik von Zuschauern, ist ja immer alles schön, aber von dem bin ich halt wirklich richtig begeistert. Und ich glaube, man hört das auch, wenn man mich ein bisschen kennt. Aber das gehört zum Schaufenster dazu, weil entscheiden müsst immer ihr, was wollt ihr. Aber ihr könnt hier mit Sicherheit nichts falsch machen. Ich habe vorhin schon mal diese beiden Sicherungen, die während der Fahrt geschlossen sein müssen, diese beiden Gurtverschlüsse aufgemacht, damit ich jetzt eben auf den Taster drücken kann und das Bett leicht absenke. Ich habe jetzt auch keine Hand frei, dass wir es weitermachen. Aber wenn ihr dabei seid, ich hoffe, ihr bleibt noch kurz dran, dann gebe ich euch mal die Einstellung Richtung Bodenkühlschrank, springe nach vorne und lege mal die Sitze um, damit wir das Hubwett ein bisschen weiter runterlassen können. Und gleich sind wir wieder da. Ein paar Sekunden später, sollte es dann auch klappen, seid ihr wieder dabei. Erspart mir den Schnitt. Ich bin ja eigentlich faul, was das angeht, aber das Schönste ist immer dieses authentische Umgeschnitte. Einfach das Video dann hochladen und jetzt fahren wir mit dem Bett nach unten. Genau. Seht ihr? Die Sitze müssen also entweder in Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung umgelegt sein. Gut, der ist jetzt in der hohen Position, der in der niedrigen. Deswegen höre ich jetzt auf, weil der müsste nochmal abgesenkt werden. Aber ich will euch jetzt hier nicht nochmal eine Minute Zeit stehlen. Deswegen denke ich mir, ihr könnt euch das gut, gut oder so gut vorstellen, dass es wirklich reicht, um sich den Eindruck von diesem tollen Hubbett zu verschaffen. Nochmal Spots oben drin, kann nochmal einen Vorhang durchziehen. Und das hängt absolut wackelfrei in der Verriegelung. Und durch diese Gurte wird es natürlich auch perfekt gestützt, so, dass das Wackeln verhindert wird. Das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr ausgeklügelte Mechanik. Und es geht nahezu lautlos wieder nach oben. Und zum Fahren dann eben nie vergessen, verriegeln, bevor es losgeht. Das gilt auch für alles, was man im Wohnmobil so hat. Immer kurz rundum laufen. Auch den alten Hasen passiert es mal, dass man das eventuell vergisst. Das bereut man dann meistens schnell. Aber das sollte Routine sein, dass man alles gut sichert. Und dann geht es los. Und ich wünsche euch bei dieser Gelegenheit schöne Urlaubsmomente. Bleibt gesund, kommt gut durch diese eigenartige Zeit, die sich wieder ein bisschen aufbaut. Und da fällt mir ein, jetzt wo ich hier die Kamera so reinhalte, die haben ja gar nicht in den Schrank geguckt. Das machen wir jetzt mal ganz anders beim Esprit GT. Wir machen auf. Wir haben da nämlich auch noch einen zweiten Fernseher hinten. Ganz vergessen, vor lauter Esprit GT herzeigen. Und hier kann ich natürlich ganz bequem aufhängen, auch die langen Sachen unterbringen. Ich habe noch mal ein Ablagefach. Und das Gleiche gibt es hier etwas kleiner. Dafür ist dann dieses Fach größer. Das liegt natürlich an der ganzen Verteilung der Technik und Installation. Aber so funktioniert das. Ein schöner Wagen, so wie er da steht. Ich habe es vorhin am Preisschild gesehen. Roundabout 120.000 Euro. Aber hier kriegt man natürlich auch eine Menge Fahrzeug fürs Geld. Mir gefällt es. Ich bin da hin. Ich fahre nach Hannover weiter. Ihr bekommt jede Menge Videos. Die nächsten Tage würde mich freuen. Lasst ein Like da und ein Abo. Wer noch nie da war, der muss sich wahrscheinlich eher mal zwei, drei Videos angucken, damit er meinen Sinn und Zweck der Art und Weise versteht. Also, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Danke. Ciao, ciao.